Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde in Nakawak. Es gab ein Proshoes Update mit Balancing, Anpassung, ein bisschen Hitbox Anpassung. Die Oberfläche wurde angepasst und wie man hier auch schon sieht, das ist nicht mehr ein Quadrat, sondern jetzt auf Whitescreen. Das so helfen die Gegner besser zu sehen und da würde ich jetzt einfach mal alles auslesen, bis es jetzt so spielt. Ich fang mal neu an. Könnte ich auch noch mal woanders gucken, aber... Da fehlen ja dann die Einsichten. Eieieiei. Das ist ungewohnt. Achja... Eine Änderung gab's noch. Der Schuss nach oben ist weg. 2 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist der Core-Shot Einfach so runterfallen ist gefährlich Das wird jetzt auch hübsch angezeigt, welche Upgrades man hat Also nicht mehr die Pause-Screen um sowas nachzugucken Es ist bestimmt auch irgendwo was versteckt Richtig wunder Ach ne, man muss hier dann genau Oh, kann ich mich da unten angreifen Oh, da komme ich da nicht hin Oh, da geht's Oh, da geht's Oh, da geht's Boing Gespeichert So, da möchte ich hin Endlich Wo ist den Schoss nach unten? Oh, da geht's No Ich will meinen Doppelsprung wieder Das dauert noch Oh, da geht's Oh, da geht's Tja 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 Posh, Posh, Posh. Posh, 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 Posh. Posh, 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 Posh. Posh, 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 Posh. 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 Posh, Posh. Posh, 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 Posh. Posh, 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 Posh. Posh, 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 Posh. Posh, 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 Posh. Posh, 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 Posh. Posh, 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 Posh. Posh, 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 Posh. Posh, 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 Posh. Posh, 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 Posh. Ich weiß nicht, ich habe Raketen. Und noch eine. Schmuck. Doink, 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 doink. Wunderbar. 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 Ah. Hatte ich mir doch richtig gemerkt, dass hier auch mal ist. So. Ist mir rein, äh. Hm. Ja. Schön vorsichtig. Er fällt was vor. Ah, da ist einfach offen. Ja. 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 Upsa, da war es noch. Und dann gab's hier noch was... Ich hab irgendwas an, nein, da oben. Ah, hier ist der Doppelsprung. Cool. Ich liebe Doppelsprung. Irgendwann, das mit dem Heizclean ist tatsächlich angenehmer. Warte, da geht's nach unten. Das stimmt, ich brauche ja sogar den Doppelsprung. Jetzt war halt dieser lustige Raum. Und wieder gespeichert. Äh... Ah, der erste Boss. Dass wir unten alles durchlaufen haben. Ja, ist relativ einfach. Hab ich ja schon beim letzten Mal wissen. Man muss halt Geduld haben. Ja, da geht's nach unten. Ah, hier unten diese Viecher. Wie kann man denn hier angreifen? Die sind zu klein. Ja, da geht's nach unten. Ja, da geht's nach unten. Das stimmt, der ist groß genug für mehrere Hitze. Oh, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, da geht's nach unten. Und das ist noch ein paar Tipps. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Okay! Boin! Hat er jetzt schon so viel ausgehalten? Weiß ich gar nicht. Das wurde ja alles geändert. Schaden gegen Habi. So. Er geht nicht. Na, dafür sind sie zu klein. Na, was? Mach. Durch. Die größere Herausforderung. Ausgewicht. Ich hab's nicht so mit den exakten Schießen. Ich geb's raw. Dying, 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 dying. Na, das ist mal hier oben die Ecke. Guck. So. So. Das da will ich. Nein, in den E-Containertien. Sehr schön. Kann ich hier mal gebrauchen oder sowas? Gibt's ja noch? Glaub ich. So. Dann mal hier runter. So. Das muss dann. Wow. Wenn man mehr sammeln will, muss man jetzt nicht mehr Mühe geben. Jetzt sind unser Reaktion auf den Weg. So. 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 So, so. So, so. 1-1 Ok ... Provide mm-Armsau There one is too much gonna waste oh, it took a long time!! Hold on Puh, war der langsamer als ich dachte. Muss nicht sogar da oben, ne? Noch eine I-Kügelchen. Wunderschön. Ob, 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 ob. Ach, die Stelle. Ach, wunderbar. Bin langsamer geblieben. Ah. Das verfalle ich hier in den Gegend. Sehr schön. Ich hab's voll drauf. Ketten sind wichtig. Ooooooh. Ich kann mal so hoch stoppen. Puh. Schicksal das ist wichtig... Maha... Puh. 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 Das war ein bisschen eng hier. Da war nur das Kante. Jetzt kann ich da unten schießen. Endlich. Ich mache Fortschritte. Und ich glaube erstmal viel zu weit. Und wir gehen so. 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 Das war das Iggy Kükechen. So. Und wir gehen so. Wir haben das Iggy Kükechen. Huuuuuuu! Mmm! Mmm! Wut ich mit dir wie ich erinnere, ab? Oh, der ist, der sei. Mh! Schmatz! Machia! Komm! Oh, Gott. Hm, 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 hm. Störb. Fieser Wurm. Ha. Geh weg Wurm. Fieser Wurm. Tschüss Wurm. Jetzt kommen schnell immer noch nicht rein. Hey, sehr. Nicht elegant genug gehüpft. Und eine Energiekugel. Ich blieb mit den Kugeln. Kann ich nicht genug von nachlegen. Bäh. Macht jetzt auch. Hallo? Was hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt? Das war wahrscheinlich auch das Problem. Nein, du? Ja. Okay, dann hat er wahrscheinlich jetzt einfach noch den Boss wieder neu platzen lassen. War schon besingt war. Hiiii. Tschuck. Es ist da nicht falsch. Oh, da stand ich falsch. Da da da! Da! Ein versteckter Ausgang! Du 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 man schon geht's weiter. Kleiner Sisseraum. Was hab ich jetzt gemacht? Ich hab komische Geräusche gemacht. Ach so. Ich hab gar nichts gemacht. Ja die Taktik ist ja einfach zweimal einmal einmal zweimal. Das hat sich ja auch mal anders überlegt. Gut. Man sollte auch bezählen. Ich helft. So. Jetzt muss ich mich hier entstellen. Okay. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Hips, hips, hips. Hips, hips, hips. Hips, hips, hips. Oh, ich hab doch noch einen Sprung. Was spielt doch nicht so kompliziert. Tch! Na, die Hitboxen wären jetzt tatsächlich besser. Muss ich mal so sagen. Es gefällt mir. Ob's so ist weiß ich natürlich nicht. Vielleicht wäre ich auch mal nur zu blöd. Okay, ciao. Gibt's hier noch was? Boah, da hängt ne Rakete! Boah, da muss man sich doch wiedergeben. Das krieg ich glaube ich nicht hin. Da hab ich immer noch was. Na, ich hab noch ein bisschen Zeit. Ich gehe einfach mal. Noch ein bisschen weiter gucken. Ich glaube man kriegt ja dann auch nochmal so Energie. Doink, 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 doink. Luftblasen, eh mal Luftblasen. Ja, hier war nix. Hat mir ja nicht alles gemerkt. Bäm, 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 bäm. Huiiii. Eine Rakete und weg. Ah, es ist sehr angenehm, dass man die jetzt so früh sehen kann. Gatt's ehrlich Leute, denen das jetzt so einfach ist, aber mir ist das so eigentlich lieber. Alles weg. Oh, ich jetzt schon ausgaben? Echt? Was ist da noch hier? Lop, 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 lop. Wiese kleine Dinger. Noch eine Rakete. Wie. Ich glaube diesmal habe ich mehr, aber ich habe schon wenig Energie im Vergleich zum letzten Mal. Wie. 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 nicht so Jeffrey Wein. Wie. 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 So, sieben Energie. Und dann auch ganz gut. Das war knapp. Einmal durch. Ich schieße mal die ganze Zeit nach unten und dann hast du trotzdem noch was. Ich hab aber auch einen Glück. Boink, boink. Ach ja, und wie schön einfach das alles geht, wenn man die Spie schon kennt. Oh, ich bin schon im vorletzten Raum. Das war ich einfach nicht. Das war ich einfach nicht. Jetzt sind sie mit einem Rakete tot. Das ist... nett. Dann sind sie auch nicht mehr so nervig wie mich. Ich weiß nicht, ob es da unten was gibt, aber ich trau mich nicht. Vor allem, wenn man sie sieht... Oh. Das ist drunter mein. Ups. Ha. Ich muss mich aufhören. Das ist so nervös. Das ist so nervös. Oh nein, ich hab verfehlt. Oh je, nur noch zwei Haken. Oh, ich bin glaube ich fast durch. Ah, durch! Doink! Ich glaube ich kann sogar hier stecken. Ist auch sinnvoller, weil der Baum ja... ...spunkt. Ach, hat mich doch getrautert. Ich steh wieder falsch. Das wird mir öfter passieren. Man muss sehr nahe Form stehen. Aber wenn man einmal drin ist, kommt man nicht mehr aus. Ah, ich mach das jetzt mal fertig. Ich bin so schnell fertig. Ich bin so schnell fertig. Ich bin so schnell fertig. Bis wieder öfter los. Hier. Eine Form besonders glatt. Ingeенной machen also. So weit vorne. Das ist ein bisschen schade, dass man die Raketen nicht verwenden kann. Das ist wahrscheinlich zu einfach. Das ist voll praktisch, wenn man weiß, was man tun muss. So, Bäumchen besiegt. Eigentlich müsste ich auch mal mit allen Extras durchspielen. Vielleicht gibt es da noch irgendwas. Wer weiß. Es soll ja auch irgendwann mal eine Farbwertung davon geben. Bin ich auch sehr gespannt, wie das wird. Fertig. Eine halbe Stunde. Das ging ja auch schnell. Aber wenn man die Räume schon so halbwegs kennt, dann ist das ja gar nicht mehr so schlimm. Muss mal weniger suchen. Gut. Mal schauen, ob irgendwann nochmal ein neues Update kommt. Mit Bonus-Content oder mehr was. Weiß ich. Hatte mir die Entwickler nicht verraten. Ich habe mich nur auf das Update hier hingewiesen. Und irgendwie... Also entweder bin ich besser geworden oder es läuft einfach besser. Ich nehme an beides. Aber das ist ganz gut. Und dass man jetzt mehr sieht, das ist echt angenehm. Kann ich jetzt neu empfehlen? Ne, das kleine Spiel. Hübsch, hübsch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Falls ihr es heute noch seht, denkt an die Umstellung. Ich weiß nicht in welche Richtung, aber denkt dran. Und ja, macht's gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.